halli hallo ihr lieben kreativen herzlich willkommen zurück auf meinem kanal heute habe ich wieder ein kooperationsvideo dieses mal mit dem online shop in love arts und was ich geshoppt habe zeige ich jetzt in diesem video und ich wünsche euch viel spaß dabei wie gesagt mich hat der online shop in love arts angeschrieben viele kennen den online shop schon viele youtuber haben zusammen auch schon eine kooperation mit diesem online shop gemacht ich habe mich bisher immer wieder mal so ein bisschen ja dagegen gewehrt weil ich immer so in diesen eindruck hatte ja es okay aber so nicht ganz mein sortiment und dann habe ich einfach mal doch genauer nachgeschaut und habe dann doch was gefunden und das möchte ich euch jetzt zeigen ich zeige euch auch gleich noch sachen die ich daraus gewerkelt habe und ich würde sagen wir starten mit dem ersten stempel set und zwar ist das ein halloween stempel set und zwar dieses hier diese zombie der das auge ebenso in den händen hält mit happy halloween fand ich richtig cool weil so viele halloween stempel habe ich gar nicht und ich fand den zombie wirklich richtig mega daraus habe ich eine karte gewerkelt und die karte sieht so aus ich habe ihn hier mir einmal aufgestempelt und habe ihn mit meine copy mark einmal koloriert ich muss sagen ich hatte echt ein bisschen probleme mit dem kolorieren weil nämlich dieser stempel so ultra viele linien hatte oder ja eben noch hat wo ich nicht einordnen konnte was das jetzt sein sollte zum beispiel jetzt hier an den fingern da habe ich hier so striche dran wo ich nicht einordnen konnte was sein sollte für die nägel war das eindeutig viel zu viel weil hier habe ich ja auch fingernägel und ja keine ahnung ich habe es einfach nach meinen empfinden jetzt koloriert aber ich finde es trotzdem richtig cool wie es aussieht ich habe das ganze auf einem schwarzen auf einen schwarzen hintergrund geklebt und habe mir hier einen grünen rahmen mir ausgestanzt mein zombie so ein bisschen in szene gesetzt und habe dann hier noch ein paar in einem dort oder strahlsteinchen eben hingemacht und ich finde die karte wirklich richtig richtig cool und ich muss auch sagen die stempel von in love arts die sind wirklich gut also für den prär dafür den preis habe ich ein bisschen was anderes erwartet war ein bisschen skeptisch aber sie stellen wirklich mega sie lassen sich auch super reinigen ich habe es einmal mit acryl block versucht mit einem großen lässt sich wunderbar mal stempeln dann auch mit dem stempel hilf tool funktioniert alles wunderbar also kann man wirklich nicht meckern dann würde ich sagen machen wir gleich weiter mit dem nächsten stempel set und da war ich ein bisschen erschlagen muss ich ehrlich zugeben weil ich gedacht habe oh mein gott habe ich das in der beschreibung nicht gesehen stand nicht in der beschreibung ich weiß es nicht auf jeden fall waren das oder sind es riesengroße stempel und zwar sieht das stempel set so aus ihr seht schon das hier ist der komplette stempel ich finde es echt mega krass wie groß die sind da können wir auch mal gerne eins ausmessen und zum beispiel hier diesen elefant der hat jetzt eine höhe von 1 von 9,5 und eine breite von 9,5 also 9,5 und 9,5 von der längsten und von der höchsten vom höchsten punkt her wirklich riesengroße stempel aber auch die haben sich wirklich super stempel lassen man merkt trotzdem qualitativ schon noch einen unterschied wie wenn ich jetzt von mft mir clear stamps kaufe da ist wirklich dann das material ein ein bisschen fester das ist eher wobbeliger aber wie gesagt das hat sich wirklich super gut stempeln lassen und auch kolorieren lassen ich habe jetzt einmal hier diesen elefanten den habe ich jetzt nur gestempelt und koloriert und zwar ist dass diese hier mit dem ballon in der hand lässt sich wie gesagt super alles super machen stempeln reinigen wie auch immer dann habe ich aus diesem elefanten hier eine karte gewerkelt und zwar ist diese hier entstanden ich habe wieder auf mein faltkarten papier gestempelt und koloriert weil wie gesagt in meinem copic video habe ich euch erzählt dass das für mich einfach das beste papier ist was ich bisher getestet habe ist es nicht das ultimative papier das weiß ich auch aber für mich tut es einfach und der preis ist in ordnung und es erfüllt einfach sein zweck genau also wie gesagt ich habe auf das faltkarten papier gestempelt und mein copic koloriert hier hinten habe ich dann motivpapier aufgeklebt und habe mir hier love you aufgeklebt mit so 3d form buchstaben und das ist seht ihr das ich hatte kein e mehr deswegen habe ich ihn x zerschnitten und ein edel raus geformt und ja man sieht es zwar ein bisschen aber ich finde es überhaupt nicht schlimm und die karte lässt sich dieses mal nach oben öffnen und die basis ist dieses mal ein kraft ton fand ich auch wirklich eine mega süße idee und ich finde diesen elefanten richtig niedlich der hier mit dieser kleinen maus kuschelt wirklich sehr 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 süß der dritte elefant hier habe ich auch eine karte daraus gewerkelt und da ist die karte so entstanden dieses mal habe ich ein bisschen anders gemacht und zwar ich habe den elefanten auf graues papier gestempelt damit ich das grau so nicht mehr ausmalen muss und habe nur hier mit einem filzstift das sind wirklich ganz effe filzstifte dieses herz in rot ausgemalt und ich finde wirklich so so mega süß und ich finde auch die größe von den elefanten die sind so super dass ich sagen kann daraus kann man zum beispiel auch ein namensschild oder ein türschild für ein baby zimmer machen finde ich wirklich mega cool und hier oben habe ich dann das wort willkommen mir aufgeklebt mit ganz 11 buchstaben und hier am rand seht ihr das da ist so ein gestitschter rand mit dabei das was nicht ausgestanzt ist sondern nur hinein geprägt sage ich jetzt mal in zwei verschiedenen linien und da kommen wir dann auch schon gleich zu dem nächsten produkt und zwar habe ich mir hier diese stanze gekauft das ist jetzt genau diese stanze wo ihr hier außenrum einmal sehen könnt und ich wollte es einfach testen weil ich mir gedacht habe okay ich werde definitiv stanzen und stempel nehmen der rest interessiert mich nicht und wollte da einfach so ein mix drin haben ich habe gesagt okay ein bisschen was von halloween bisschen was niedlicheres ich habe auch ehrlich gesagt gedacht die sind ein bisschen kleiner aber es macht gar nichts und ich wollte schon immer so eine stanze haben wo ich dieses musste so hinein stanzen kann und jetzt habe ich sie und ich finde sie wirklich mega 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 cool hier außen der rand der wird komplett ausgestanzt und hier das geschichte nur hinein geprägt die größe von diesen ganzen dingen passt nicht ganz auf eine karte vom deutschen oder in einem deutschen format ich habe das hier an den seiten ein bisschen kürzen müssen aber von der höhe her funktioniert ganz gut und ihr genau das war die stanze und in dieser stanze oder bei dieser stanze gibt es zwei größen einmal das große teil hier und eine kleinere stanze ich habe jetzt hier mal auf schwarz mir das hinausgeprägt und gestanzt finde ich auch wirklich mega mega cool und ich finde es ist so ein ganz ganz dezenter hintergrund wo auch ein bisschen einfach was her macht damit die karte nicht ganz so langweilig aussieht aber wenn auch keinen großen bock auf riesen schnick schnack hat finde ich das ist eine super super gute lösung dann habe ich noch mal ein paar stanzen mir bestellt und zwar diese hier das sind kreise wo außen rum eben diesen diese wellen form hat in der innenseite von dem kreis hat man einen gesetzten rand und einmal hier diese löcher an diesen wölbungen und da davon habe ich drei verschiedene größen und was ich sagen muss das ganze ist wirklich ein super doily ersatz das bedeutet man muss nicht mehr diese kleine doilys kaufen sondern man stand sich einfach die doily selber aus eben aus papier und das finde ich wirklich eine mega mega coole idee und da dabei moment einmal so hier ist zum beispiel der größte kreis und so sieht das ganze ausgestanzt eben aus wie gesagt hier der innenkreis ist einmal mit gestichten rand und das ganze in eine mittlere größe sieht dann so aus und auch mal in einem farbigen karton finde ich wirklich mega mega cool und da daraus habe ich kleine embellishments gemacht und zwar einmal dieses hier auch mega mega süß hier ist der ganz kleine rand also das ist jetzt der kleinste so sind die größen einmal das ist der größte der mittlere und der kleinste kreis und das habe ich dann hier mit einem noch kleineren normalen kreis ausgestanzt in die mitte geklebt dann die süßen vögelchen von mama elephant waren die glaube ich für mich jetzt nicht alles täuscht habt ihr mir ausgeschnitten hier drauf geklebt und dann hier mit nun wo es habe ich mir so ganz kleine herzchen drauf modelliert finde ich wirklich mega mega süß dann kann man daraus auch gute karten auf leger basteln jetzt nur so als kleine ja beispiel inspiration habe ich jetzt mal diesen hier gemacht den finde ich mega lustig das ist ein stempel set vom action und da habe ich jetzt zwei verschiedene größen einmal drüber geklebt und kleine wackelaugen aufgeklebt finde ich wirklich mega mega süß und das ganze einfach so auf eine karte geklebt und fertig ist sie viel mehr braucht man da dafür auch nicht als gutes beispiel habe ich jetzt hier diese karte gewerkelt da habe ich ganz normalerweise kartenrohling hergenommen habe mir motiv papier aufgeklebt und habe geschaut dass ich hier ringsherum ein klein weißen rand habe habe mir jetzt dann hier ein großen weißen kreis ausgestanzt und habe dann hier mit den magical shakers mir den hintergrund selber gestaltet habe mir ein motivpapier nicht ein motivpapier ein stempel abdruck von stamp corner her genommen und dann hier das wort habe ich mir aufgeklebt mit buchstaben und die karte ist fertig viel mehr brauche ich da dafür gar nicht und ich finde diese doily ersatz ist ein wirklich super super karten auf leger und das ebenso als beispiel da dafür und dann kommen wir schon zum allerletzten teil und das ist auch ehrlich gesagt mein lieblingsteil ich habe das erst in der kleineren variante im warenkorb gehabt habe mir gedacht okay nee ich tue lieber ein stempel seit weniger rein aber dafür dann das größere set davon und ich bin begeistert vor allem weil es a ultra schnell geht b es macht wirklich was her und es ist jetzt genau passend zu valentinstag und ich rede von dieser stanze hier die stanze wird so geliefert wir haben hier einmal ein großes herz mit ja mit einem rahmen bzw der rahmen wird ja so nicht gestanden sondern das ist das ganze ding vollflächig dann mit diesen löchern hier und in der mitte kann man dann sich dieses filigrane herz aus trennen und separat stanzen und daraus kann man ein super mini album werkeln und zwar habe ich jetzt hier zum beispiel mit restpapieren gearbeitet die basisseiten habe ich natürlich mit cardstock vom action war das mir ausgestanzt und dann habe ich immer papier reste auf also eben als diese filigranes herz ausgestanzt und das eben einmal hier drauf geklebt und hier kann man dann zwei binderinge dran machen kleiner tipp am rande nehmt am besten noch einen größeren bindering weil das hat jetzt so beim öffnen ein bisschen hier vorne habe ich alle view schriftzug eben drauf geklebt und das ist ein schriftzug von launform und und die herzchen die sind von ich glaube mft stellen bis set ist das stand set meine ich mit den ganz vielen herzchen ich bin mir aber nicht mehr zu 1000 prozent sicher und das ganze mini album zieht sich komplett gleich durch ich habe blau grüntöne hergenommen weil ich einfach von blau grüntönen von mutter mut von den motivpapieren eben viel übrig hatte und das macht wirklich was her vor allem wenn man einfach so kleine fotos hinein klebt oder eben so sprüche für den liebsten jetzt zu valentinstag oder für die liebste und das ganze ding ist eben so ultra schnell gemacht und es macht einfach wirklich was her und man kann es ganz nach seinem belieben eben gestalten und ja meine lieben das war jetzt meine bestellung von in love arts ich hoffe das video hat euch gefallen und in der infobox findet ihr den link zum shop ich habe euch auch unten ein rabatt coupon verlinkt wenn ihr euch entscheidet da was zu kaufen dann verwendet am besten den rabatt coupon gleich mit weil bei uns heißt es so schön in geschenkten gaul schaut man nicht ins maul und das würde ich auch mal so behaupten und wie gesagt die sachen finde ich wirklich mega mega cool noch ein zwei worte glaube ich noch zu den stanzen habe ich noch gar nichts gesagt und zwar lassen die sich wirklich super gut durch die big shot auch kurbeln da war ich auch ein bisschen skeptisch aber es geht es verbiegt sich nach einer zeit ein bisschen umso häufiger man kurbelt aber für den preis ist es vollkommen in ordnung muss ich wirklich sagen so aber das jetzt wirklich da dazu das war es meine lieben wir sind am ende vom video wünsche euch noch einen wunderschönen tag und bis zum nächsten mal tschüss